In heute Nacht die Angst vor Sexualverbrechern. Kalifornien versucht's mit chemischer Kastration, eine wirksame Waffe. Die Brandnacht von Lübeck, der Hauptverdächtige sagt aus drei Stunden lang. Die Schlappennacht für Bielefeld, das Aus im DFB-Pokal und für wie viel hat's geschmeckt, bitte schön, das Restaurant, in dem der Gast den Preis nach Schnauze macht. Das und noch mehr in heute Nacht um Mitternacht. Ein bizarrer Mord. Erkenn ich so einen Psychopath? Ich bin sicher, dass derselbe Täter war. Ein unkonventionelles Ermittlerpaar mit psychologischem Geschwür. Warum bist du gekommen? Vor anderthalb Jahren konnte ich ein Frauenhund aufkehren. Gottfried John und Max Herbrechter sind Beckmann und Markowski, die beiden neuen Spürnasen im ZDF-Krimi am Samstagabend. Am 21. September um 20.15 Uhr im Zwiespalt der Gefühle. Im ZDF-Krimi am 7.16 Uhr im substan reward than Täter, Im ZDF-Krimi am 8.16 Uhr im Ohr для всех, recordst vehicle innen und Im ZDF-Krimi am einen Walking naturel,